Na ihr Käsekroketten, meine Stimme ist noch ein bisschen rau. Heute aber wieder ein Maskenvideo, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Die Aktivkohle Peel-Off-Maske von Schiebens. Tiefenreinigend. Ich habe jetzt nicht so problematisch Haut. Ich habe so ein paar Hitzepickelchen bekommen. Genau, Hitzepickelchen sind es, glaube ich. Und halt am Kinn so ein bisschen, aber sonst. Purenverfeinernd finde ich immer ganz gut. Und warum nicht? Ich habe jetzt nicht die größten Poren, aber hier in diesem Bereich schon ein bisschen. Reduziert den Fettgehalt der Haut um bis zu 68%. Ich glaube, so fettig ist meine Haut jetzt auch nicht. Reinigt die Haut tiefenwirksam, immer gut. Verfeinert die Poren, finde ich auch gut. Besonders dünn und gleichmäßig auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen. Augen- und Lippenpartien aussparen. Nach 20-30 Minuten Eindruck zeigt. Also das ist ja mal realistisch. Es ist vielleicht ein bisschen abschreckend, aber wer liest sich das schon durch? Wie lange muss ich die einwirken? Bevor ich die kaufe. Von der Stirn und den Seiten des Gesichts aus zur Mitte hin abziehen. Rest mit warmem Wasser abwaschen. Dreimal wöchentlich anwenden. Das ist schon hart. Ich würde mal sagen, klimaneutral und ohne PEGs, Silikone, Paraffine, Farbstoffe, tierische Inhaltsstoffe oder allergene Duftstoffe. Rennt in den Augen. Ich kriege den Tichter jetzt am besten raus. Ich mache es mit den Fingern. Oh, du. Ich mache es mit den Fingern. Okay, ein Blubberbläschen. Brennt in den Augen. Also die brennt ordentlich in den Augen. Ich bin da ja sehr empfindlich. Aber ich denke, wenn das erst mal verflogen ist, ist es nicht mehr so schlimm. Da fängt es schon an zu trocknen. Auch hier muss man sehr schnell arbeiten. Wegen den ganzen kleinen Babyhärchen kann ich gar nicht bis nach oben gehen. Sonst gibt es den gleichen Waxing mit. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt echt wenig tatsächlich getroffen, wo ich es hinhaben wollte. Und hier fängt es dann an, sich auch abzuziehen, wenn ich dann nochmal drüber gehe. Ja, als hätte ich ein bisschen mit AA gespielt. Aber es brennt echt im Auge. Erster Eindruck, ja, es ist nicht so schön schwarz überall. Ich habe so ein paar Stellen, da ist tatsächlich nur so ganz wenig drauf. Hier, es bleibt dann halt kleben. So verhalten sich die meisten davon. Ich warte jetzt 30 Minuten. Ihr wartet jetzt 3 Sekunden. Ich habe die Maske jetzt 24 Minuten drauf. Ich habe jetzt noch 6 Minuten auf der Uhr. Sie fühlt sich schon komplett trocken an. Das ist ja schön. Aber, naja. Was ist denn das hier? Ich habe da ja keine Haare. Also, hier ist ja schon sehr dünn. Und dann sieht das aus, als hätte ich hier Borsten, die nach oben gehen. Dann habe ich hier ein Haar. Achso, hier habe ich irgendwie ein Haar. Und hier oben sieht man dann so ein Haar. Naja, ein paar Haar. Aber was ist das? Was ist das? Was ist das? Also, ich blende jetzt noch mal ein Bild von vorhin ein. Von diesem Bereich nah. Ich muss mir das im Schnitt angucken. Also, wenn das... Wenn ich da jetzt so Borsten bekomme. 25 Minuten eingewirkt. Hier löst es sich wieder. Das macht es ja immer ganz schön. Und ich habe die Ecken richtig schön unsauber aufgetragen. So, dass es jetzt auch richtig schwer ist, da was zu fassen zu bekommen. Genius. Aber die stinkt halt immer noch. Ist mit den Nägeln natürlich auch nicht so einfach. Ah, oh, okay. Okay. Sehr witzig. Diese Borsten sind von außen, aber ich... Also, ich sehe sie von innen durchschreien. Aber der sind... Also, die haben ja jetzt nicht Haare rausgezogen. Das sehe ja da jetzt anders aus, wenn man mir da so einen ganzen Busch rausgezogen hätte. Das ist von innen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt besonders viel gemacht hat. Also, ich habe nicht dieses Slide-Gefühl. Es fühlt sich an wie ihr... Es fühlt sich nicht besonders an. Bei den anderen Aktiv-Kohle-Masken hatte ich ja oft eher dieses... Wow und krass und Slide und so. Und bei der ist es so... Ja. Ne? Hat sich da irgendwas getan? Ich mache mal hier. Also, ich sehe es jetzt nicht. Meine Haut glänzt nicht. Ja, gut. Ist aber auch... Ja. Ich weiß nicht. Also, die ist jetzt nicht so beeindruckend. Sie ging sehr gut ab. Sie hat nicht wirklich wehgetan. Ein, zwei Stellen haben so ein bisschen gezwiebelt. Aber ich bin halt auch super empfindlich. Ein Hautbild. Ja, ich habe halt... Also, ja klar. Die Hitzepickelchen gehen davon nicht weg. Fühlen sich tatsächlich ein bisschen besser an. Die Stirn, die immer krass dann rauskommt, ist jetzt so... Ich glaube nicht, dass die Schäbensmaske irgendwie die Wurst vom Teller gezogen hat. Ja, ansonsten, die ist nicht so spektakulär. Mir hat sie jetzt nicht so gut gefallen. Sie ist schneller getrocknet, als draufstand. 20, 30 Minuten. Nach 25 war sie schon knochentrocken. Es sind nicht so viele Stellen zurückgeblieben. Ich werde mir jetzt nochmal schnell das Gesicht waschen. So sah es dann halt auch nicht aus. Aber man verkauft halt auch nichts mit dem, wie ich aussah. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.